Ja? Hallo Frau Kühn. Ich wollte nur kurz Bescheid sagen. Unsere Kinder sind übers Wochenende bei den Großeltern. Das bedeutet, mein Mann und ich sind seit Monaten das erste Mal mal wieder ganz allein zu Hause. Es könnte heute Abend also ein bisschen lauter werden. Seitdem die Kinder da sind, haben wir ja als Paar so gut wie nichts mehr voneinander. Und da hat sich die letzten Jahre einfach so einiges angestaut und ich glaube, das wird heute Nacht explodieren. Also nur, dass Sie Bescheid wissen und sich nicht erschrecken oder womöglich noch die Polizei rufen. Und falls Sie Frau Reinhard und Herrn Sievers von oben noch sehen sollten, könnten Sie denn dann bitte auch noch Bescheid geben? Ich habe da eben geklingelt, scheint aber gerade keiner da zu sein. Ich hänge aber sowieso auch noch einen Aushang an die Eingangstür, damit dann alle Bescheid wissen. Also vielen, vielen Dank schon mal für Ihr Verständnis und ein ganz schönes Wochenende. Ach, hallo Herr Sievers. Hallo. Gut, dass ich Sie treffe. Und zwar wollte ich Ihnen nur Bescheid sagen. Unsere Kinder sind übers Wochenende bei den Grünen. Das heißt, mein Mann und ich sind das erste Mal seit Ewigkeiten wieder ganz allein zu Hause. Das könnte heute Abend also ein bisschen lauter werden. Also nicht, dass Sie sich wundern. Ich hänge aber auch noch mal einen Aushang an die Eingangstür. Schönes Wochenende. Tschüss. Ja. Ja.